Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße, ein Köftespieß, erstmal mit gar keinen Reden hoch und so. Hawal gibt mir einfach nur ein Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so audiokendrink-mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, man. Ich brauche ein Handy, man. Ich brauche ein Handy. Kaff der Spissuctucht Aber wir können einfach ein Kaff der Spiss Aber wir können einfach ein Kaff der Spiss Auf den Spitz Auf den Spitz Auf den Spitz